ja willkommen mein name ist an die rolle p und ich begrüße euch drückt das let's play valkyria chronicles der letzte folge haben wir ja was haben wir da weiß er nicht ich fühlte mich gar nicht mehr in der gleichen sitzung wie beim letzten mal ich habe einfach nur gespeichert im kampf und ja habe ich auch gemacht aber lass mich mal gucken ja wir sind am gewinnen okay mal gucken was kann ich jetzt erst machen ich muss jetzt mal wieder ein überblick schaffen was los ist sehr klar ist wieder einmal okay stimmt hier war irgendjemand den mein gott immer nicht abschließen konnten weil keine ahnung losieren hat den nicht getroffen wie so ich weiß immer noch nicht wie weiter unten durchkommen aber die sind jetzt alle weg da sehe ich deswegen schicke ich mal genau ali schau euch da oben hinschicken weil da oben können wir die basis ganz locker ein nehmen immer glück haben ich war einmal keine aber über die leiter klitten dann kommt man auf der anderen seite schließend sich ab gut aus den da hinten abschießen warum nicht richtig ne okay bleiben wir lieber irgendwie auf die seite hier zu kommen da ist auch noch ein panzer verdammt ok rosy ich weiß nicht du kannst versuchen gehen am ende alles haben wir uns okay tun wir den ersten kommen dann natürlich da haben sich nicht irgendwelche noch versteckt hat der hinten an uns getroffen ich weiß nicht wenn du es wagen so wie unten ist keiner wenn ich mich irgendwie vorbeischleichen hier man schon erwärte ich anstellen kann ich die basis locker ein jahr müssen wir nur eine eine der panzer kann uns zwar abknallen aber kann uns nicht töten hat ich meine die dinge sich einnehmen wir werden die wieder mal da hinten und sorgt dafür dass du denn hat wir hier locker durchkommen bei uns da kann sich schon mal jeden abschließen der sagt vorbeikommt da kann ich mir mal überhaupt verschaffen was da los ist das soll ist da los oh gott ich muss unbedingt die edelweiß oder so hin passen kann irgendwie noch gar nicht zum zug stimmt ja er hat kaputt gewesen nach ein paar schüssen und säker ist auch irgendwie in einmal und wir brauchen gleich unbedingt ein nein ingenieur also da hinten jemand treppen sind noch ein paar glaube ich hey cool schön aber sind die lente ja eigentlich die gefährlichen ich habe da kommt jetzt nicht direkt auf und zu wenn wir den treffen und sagen triggern verdammt können versuchen da rein zu stimmen die beide zu töten und dann kann ich die basis einnehmen naja jetzt habe ich keine dinge ist mehr verdammt dann könnte ich erledigen könnte ich aber ich lasse es schießt uns wahrscheinlich sowieso direkt ab ja ja gott macht mal den abblatt das war nicht mal ein letztes mal nicht getroffen hast aber bist du denn so sie wird nicht getroffen und wie ist denn noch mal jäger mein gott mehr dass ich also wenn die hat es überlebt was müsstest du es ja wohl das recht überleben so jetzt stürmer mal ein bisschen nach vorne wo ist ja mein ingenieur hier claudia was am besten noch mal die ganze panzer heilen weil ich traue den ganzen frieden noch nicht weil jetzt wunderbar läuft so edelweiß klick 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 warte in dem part schaffen wollte nicht mal gucken wahrscheinlich geht es sehr klar wieder aufs maul klick bank dann stelle ich mal hierhin vielleicht kannst du ja konnte man da herkommt so macht macht er jetzt ja rino scouts ist gut da wird übel naja 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 schon sagen schießt nicht noch mal eine reise aber du sagst hat im g1 hat süß ich ja noch nicht mal irgendwann gekillt schießt man da oben bitte so nach oben hingeschossen nein ich will da unten erledigen wo ich muss eigentlich nur dinge zerlegen ne oh ne oh ja du bist tot los kommt alle zu wendy und okay da muss die edelweiß dran hat noch mal in den arsch getroffen da muss jetzt einfach nur die edelweiß hin und so ein antipersonen dingen einfach reinschießen jawohl na fuck egal claudia sah ob so schießt nicht zwei dreimal auf den ok okay hey so lag denn los kommen mal kaputt jawohl 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 doch jawohl kenne kommt auch vorbei ich glaube nicht mehr nachher haben müssen wir nach unten durch glaube ich immer dadurch vorher nicht mehr genannt die generatisch gar nicht kaputt aber hier durch auch nicht er ist auch noch mal wie wenig schaden dadurch bekommen komme ich auch so wenig schaden ich glaube nicht irgendwie kommt keiner hier vorbei also gehen wir mal nach verdammten dingen kostet sehr kommst du da hin mit dem flammenwerfer erwarte mal mit welken wo er dann kann ich keine dinge zeigen muss ja irgendwie anlocken schon reichst du die ja super habt ihr dann wir mal der wohl stelle ich mal das hat dinge mir geschützt können wir uns erst mal um die situation du musst ein paar leute killen alles klar ich muss das dinge töten den sand sack ich muss den sand sack töten jawohl so auf den typen der panzer zu nutze ich mich noch zurück die können nicht einnehmen in panzer nicht ich möchte ich doch kriegen so hoffentlich komme ich jetzt dahin oder hat nämlich kaputt ballert und sagt und jetzt weg hier ja erst meine kanzin okay jetzt nichts mehr zu erledigen was ein solter füllt ich bin zufrieden mit der alicia es ist nur dieses eine bonzen camp übrig voll mit leuten hier besetzt ist marina die probleme keine ahnung jetzt charaktere an zu selektieren mein gott selektieren was das nicht verbaut so das war ok ging noch alles klar und töt ihn penetrator oh allerdings what the fuck ok dann du nochmal schießt den anderen auch kaputt sagt dann ist ein scharf schütze alles klar jetzt nehmen wir claudia nehmen ich bin kann ich auch nicht schießen verdammt ja gehen wir schon mal nach vorne man kann jetzt schon passieren außer dass er stirbt ich habe auch eine idee ich kann auch machen so auch nicht geht an den kinoose es geht alle auf wenn die los macht euch kaputt von einem ist noch panzer könnte man auch mal töten aber nein wenn man wenn die getroffen wird sonst nicht los und was weiß ich was noch gibt verschwindigkeit obwohl überhaupt keinen sinn macht in dem spiel hier du brauchst rechnen ja es kann seinen mediator da auch noch weg wow das hat gar nichts gemacht es kann seine mediator um schütze dann sind nicht andere so klug wie der jetzt kommen ich habe keine axt vor dir vor denen nein schon sagen es ist nicht was durch den einen typen getroffen jawohl so muss dann jetzt die ganze zeit laufen jetzt stirbst du aus irgendein grund nein nein du läufst jetzt nicht über ok du läufst zurück warum läuft er zurück sie war nicht gelockt hätte mir oh gott ich wollte schon sagen okay bitte etwas danke sonst kommt ich mit der ehe weiß und stimmen nach vollem bürger rein sagt so haben wir versteckt sich ein eis da drin bäms schön oh komm an und dann noch ist kein panzer ist kein panzer und da ist es denn ihr seid alle tot was da ist da jemand versteckt wie geht das denn du triffst wahrscheinlich jemanden ich glaube ja versuch mal wenn da keiner ausgestimmt kommt ist ja kein problem ich muss noch mal eine lanzen leute da alle raus holen müssen auch mal kaputt schießen ich bin immer noch dafür wie sie an die front schicken als sie alles kaputt schießt ernsthaft ich glaube ich stärkste ihren gesamten trupp er soll eigentlich nur einer sein irgendwo noch mal zurück so jetzt bin ich mit welken oder sehr kann hier eingehen und kaputt schießen ich glaube da ist mir dabei eigentlich auch sicher deswegen ich weiß nicht kommen wir sollen dann noch zeiten ich mache jetzt jetzt mal ein total verarsche macht die ganzen dinger kaputt damit er nicht mehr geschützt sein wenn ich nicht so jetzt kommt du mal her muss eigentlich nur treffen kannst du es fragen ich habe zu schießen da schaffe ich das daneben leben wenn ich eigentlich nur ein scout gerade draußen jetzt ziemlich blöde wenn die verstärkung jetzt da auftaucht deswegen bitte stirbt es ist ungewerden ungern flammenwerfer bei ihm verschwenden aber anscheinend muss ich ich bin noch abgerutscht aber trotzdem wollte schon sagen muss noch treffen alles klar die idee ist eigentlich außerhalb das ding warum geht das nicht so scheint jetzt hier noch ein paar schüssen kaputt schießen kann aber auch hat sie viele granaden bauert hat für abgezogen so dann hätten wir auch erledigt jawohl habe ich nur erreicht gut so jetzt können wir den fertig machen und den alarmpanzer auch noch jetzt können wir den fertig machen jetzt hat er keine chance da müsste er immer noch ein fragezeichen ja jetzt brauche ich meine panzer einheiten bei antipanzer einheiten das ist uns scharf schütze anscheinend nicht ich habe trotzdem schießen sollen egal jetzt gehen wir da raus und hauen den kaputt was quatschen hat man schon wenn noch ein das zeigt wahrscheinlich an der verstärkung kommt so jahren sind nur zwei panzer übrig mit ihm auch noch klein ok ich weiß nicht wofür steht ich will das ja ausreicht alle von euch alle 1 oder einer übrig der andere panzer ok eigentlich intelligent er macht mit intelligent meine ich nervig vor uns er ist gut um noch einer geht doch noch er kommt jetzt sogar dahin wo war den fast gar nicht treffen können mit unseren augort wo geht denn jetzt hin jetzt kann ich ja gar nicht treffen weil antipanzer nur mit john bei umgedreht zudem ich glaube nicht ja was und den letzten geschossen bitte lasse ich nicht treffen wo sie ja ich hätte auch da eigentlich jemanden hinschiss schicken können ohne verdammter dreck hätte eigentlich nur von hinten anschleichen können und dem panzer wenn ich machen können ich glaube ich muss auf den ein panzer verzichten das ist alles frei du kannst darüber schön bei strafe gehen das ist der kürzeste weg muss ich noch altmodisch weil wir kaputt schießen ich habe schon einige schöne momente mit meinen ganzen schützen hätte auch schon klappen können kann ich auch so ein kombi panzer kreuzfeier aktivieren ich schieße mit den dingen und ja so mama verdammt ich hab dann über die älter getroffen ja aber schön na lage du gehst dann von einem wo alicia ist ja ich kann es von daraus ein bisschen besser treffen das lupus i kill you beams verdammt ich habe noch eindeutig getroffen und soll hat eigentlich mein gott so hoch da nicht so viele schüsse verballern ich brauch die noch so john und welkin ihr könnt den kaputt hauen joko du gehst mal ein wo sie ist klöpfe mal den anderen panzer hinten vor falls du ihn erreichst ich glaube er nicht warum nicht naja bei mir war auch eindeutig treffen aber jetzt keinen schaden abzieht dann haben wir wieder chronicles logik du musst ja da war treffen irgendein dem muss auf jeden fall treffen kommen schauen zack jawoll erfolg nachher habe ich noch weiter laufen müssen ich idiote der kann uns eigentlich nicht viel ausrichten deswegen gehen wir mal weiter bei seinen dingen hier seien und da ist ja nochmal dieses blaue ganate da ist ja eigentlich nicht viel ab bei anti panzer einheiten wir gehen langsam auch die dinge ausfangen der einparzer möchte ich auch noch mitnehmen wird fest vorgenommen welchen also du mal du bist schon wieder voll geil geil aber in der basis natürlich was für eine perspektive wir haben gleich zur hälfte ja in der nächsten runde sah dran wird keine order oh nein oh nein 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 der fährt jetzt nicht darüber damit ok gott ich dachte er fährt jetzt absichtlich darüber damit wir nicht mehr geschützt werden was macht er auf schlacht der panzer alleine macht noch mal was geh weg nein geh weg du kommst du nicht durch ich bin zu fett jawoll nein nein wenn er jetzt das dingen abschließt von hinten ne oh mein gott ich hab solche angst ok wir will ich nicht nochmal oh 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 was war wenn eine fertig machen willst du jetzt deinen dingen eine mächtige lanze und rams die ganz hinten rein in den radiator naja ist mir zu riskant welchen garan oh gott ich möchte ich auch noch mitnehmen oh gott wie langsam er sich umkriegt das macht mich nervös tja aber das war's jetzt bei uns geht es auch weg ist nur jeder übrig frage ist jetzt obwohl kind genug feuerkraft hat den mit ein paar schüssen kaputt zu kriegen wenn man auch so egal du bist jetzt dran kommen ja da bei uns dort für ihre rakete drifte irgendwie so ab und trifft den radiator von welken das wäre richtig scheiße ich habe echt jetzt da vor ort deswegen mal oh gott statt hier so ungefähr zwei schüsse gleich von welt hin müsste eigentlich klappen bei uns wenn ich dann habe ich ein problem das ist riskant so müssen die letzten beiden schüsse von welken aber ausreichen solchen problem ist mir jeweils umdrehen mein gott und du passt das nicht vor dem höhere da hinten rein schießt nein ich glaube das reicht nicht wenn wir auf den armen nehmen nein das darf doch nicht wahr sein okay wo ist lago ich brauchte ich etwas bedeutsames jetzt machen ich werde nicht zu viel von der flange du musst jetzt irgendwas hängt schon davon ab er reichte nicht mehr aber du musst ihn jetzt treffen ich glaube nicht jawohl was allein verdammt da war nur die rüstung willst du mich verarschen wir sind alle tot aber was zum teufel hat für ein finale oh gott wenn der uns jetzt der zerstört uns jetzt nicht ist er also der noch übrig ist du willst du eine lenkrakete oder irgendwie so abschließt man direkt in den radiator von wolken reinball hat sie ist doch kommen ich habe gerade gesetzungen zu tun nein ich habe bloß alles nochmal on screen spiele wenn wir jetzt hier frecken ich wieder bis zu dem punkt hier spielen und dann auf gott oh gott oh gott okay weg nein jetzt dreht er sich so rum der will den radiator von wolken er kriegt denn auch wenn er zu weiter geht jawohl immer alles auf die homosexuellen was anderes ist auch wenn der spruch von mir kam dann macht er da hier weg warum gehst du denn immer hin und her was soll hat das scheiß ding da treffen okay was hast du eigentlich mit der ecke da da irgendwelche schmuddelläfte die niemand sehen noch oder was so ich würde dann aber sagen den allerletzten schlag den fügen wir Herr Jäger im nächsten Part zu ich bedanke mich alle herzlich für das zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge es war jetzt bis zum Schluss bis zum Schluss bis zum Schluss bis zum Schluss bis zum Schluss